Liebe Gartenfreunde, wenn wir jetzt alle zu Hause sind, leider Gottes in dieser Zeit, wo uns dieser Virus ein bisschen in den Zaum hält, dann ist jeder glücklich, der jetzt einen Garten hat. Denn wenn Sie jetzt einen Garten haben und Sie wollen jetzt wieder andere Pflanzen vermehren oder wollen wieder andere Pflanzen setzen, dann gehen Sie jetzt raus und Sie haben viele Stauden in Ihrem Garten. Dann sind Sie glücklich, denn Sie können diese Stauden jetzt teilen. Und das ist jetzt die beste Zeit dafür. Jetzt, so Ende März, Anfang April, wo alles rauskommt, bevor die zu blühen beginnen, kann man die jetzt teilen. Und wir wollen jetzt gemeinsam mit Euch diese Iris ausgraben. Und aus einem kleinen Stock werden wir jetzt 20 junge Pflanzen machen. Dazu nehme ich am besten eine Grabgabel, weil die macht am wenigsten Widerstand. Dann setze ich bei diesen Iris-Rizzomen hier ein. Aufpassen muss man, wenn ich so wie bei mir jetzt hier eine Bewässerungsanlage habe, dass ich nicht unbedingt ein Loch in die Bewässerung hineinsteche. So, dann grabe ich vorsichtig hinein, setze zwei, dreimal diese Gabe an. Wenn es jetzt hier ein bisschen auf groß geht, dann kann ich jetzt aus jedem einzelnen Trieb, schaut mal, jede kleine Pflanze hat hier Wurzeln gemacht, die lege ich mir weg. Ich teile das Ganze, so, es sind schon zwei Pflanzen. Und wieder eine Pflanze. Schaut mal, da sind lauter Rizome, wenn ich das wegbreche, habe ich hier wieder eine Pflanze mit lauter kleinen Wurzeln. Eins ist jetzt auch klar, ich kriege jetzt keine neuen Sorten hinein in meinen Garten, aber wir wollen ja heuer uns ein bisschen beschäftigen. Wir wollen ja, dass der Garten blüht. Und wenn ich eine Pflanze voriges Jahr gesetzt habe, dann hat sich die jetzt entwickelt. Und schaut mal, was ich aus einem, so einem kleinen Stück, das fehlt gar nicht auf, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf junge Pflanzen. So, und jetzt gehen wir aufs neue Beet und setzen die dann dort wieder ein. So, und jetzt habe ich natürlich ein kleines Platz gefunden in meinem Garten, wo es eh nicht so schön ist. Da wird zwar irgendwas kommen über den Sommer, aber das stich ich jetzt ein bisschen um. Mit einer Grabkabel tue ich das nur oberflächig auflockern. Wieder aufpassen, die Bewässerung sollte man in dem Zug natürlich jetzt nicht kaputt machen. Naja, jetzt braucht ihr aber eine Pflanze, die muss ja was verbessern. Ich habe natürlich den besten Kompost. Voriges Jahr habe ich da meinen ganzen Schnittgut, meine ganzen Erden draufgeschmissen und auf meinen Kompost schön aufgesetzt. Heuer ist das super. Schaut, jetzt kommen wieder meine, aus dem kleinen, könnt ihr euch noch erinnern, aus dem kleinen Stück, was ich da rausgenommen habe, meine Gerisse. Die pflanze ich jetzt hier so einfach rein. Ein bisschen andrücken, Abstand, halben Meter, ein bisschen enger, je nachdem wie groß die sind. Und schon beginnen die zu wachsen. So, jetzt fehlt mir natürlich, jetzt kann man es offen lassen, da wird es aber bei einem heißen Wetter ziemlich austrocknen. Ich habe meine ganzen Gräser, die ich jetzt im Winter abgeschnitten habe, einmal durch den Gartenhäcksler durchgehaut. Man könnte auch mit einem Rasenmäher drüber fahren, vorsichtig, aber es könnte gehen. Schaut, wie das ausschaut. Diese schönen Gräser vom Herbst habe ich jetzt so ganz fein zusammen. Und das ist mein Mulch. Das ist jetzt ganz wichtig, dass man da jetzt eine kleine Schicht von dem Mulch draufbringt. So, darum einmal ordentlich angießen. Das wäre jetzt nämlich nachher gut, wenn man diesen Miscantus, diesen Gräserschnitt einmal ordentlich anwässert, tut es der Pflanze-Unterbeer gut. Und unser Mulch bleibt auch liegen und hat keine Chance vom Wind verweht zu werden. Viel Spaß in eurem Garten. Bleibt es daheim, macht es euch auch schön in eurem Garten. Und ihr werdet sehen, die Pflanzen zeigen uns, wie schnell es geht, dass die ganze Krise wieder vorbei ist.